was haben wir denn sauerstoff kompressor sauerstoff dekompressor nein sauerstoff speichermodul sauerstoff steifel speichermodul brauchen wir ich cheat jetzt einfach mal ich will jetzt einfach ausprobieren ob das das dinge ist weil es kann nicht sein dass es jetzt hier gar nicht funktioniert also wenn du ein gebäude macht was dicht ist bringt das trotzdem nix irgendwie er sammelt er zeigt mir an dass er sammelt aber irgendwie das war es auch jetzt hier hier geht es gerade los wirst du wahrscheinlich dann auch irgendwas brauchen was das zeug ja so jetzt brauche ich den kompressor ja oder weniger raus schießt kompressor und hier muss energie rein so ich in den blöden beschissenen schwarzen wald oder muss ich jetzt einfach die tanks da rein tun das wäre jetzt ach tatsache ich muss die tanks da rein tun ha ha sag mir das doch gut dann kann ich die wieder weg tun die waren ja cheated dann füll dich mal auf du teil ich habe einen sauerstoff dekompressor hä warum habe ich den sauerstoff dekompressor und vor allem wieso habe ich keinen sauerstoff schatz ich glaube du hast die falschen gebaut ich habe gar keinen gebaut das ist das problem dann bau dir die richtigen so jetzt hier zack wie nicht genug sauerstoff fick you und schreit ach scheiße für launching für 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 wir für für Ah man, nichts will funktionieren. Zack, zack. Sauerstofftank, der füllt sich auf und hier muss der Kompressor dann hin, eigentlich. So, jetzt haue ich dich hier rein, nicht genug Sauerstoff, das ist mir schon klar, deswegen baue ich dich jetzt auch hier zu. Der sammelt doch jetzt, warum nicht genug? Ja, viele Endemänner findet man hier in den schwarzen Dingen aber auch nicht. Also ich hatte letztes total viel Glück. Ich find grad irgendwie keinen. Ah ok, der will nicht, der will nicht, der will nicht. Warum willst du denn nicht? Haben wir hier ne Batterie rein? Irgendeiner von euch beiden muss doch sammeln. Ich finde, wir können hier ein bisschen schwarzen. Funktioniert nicht. Warum funktioniert das Scheißding denn nicht? Ich den jetzt hier hinsetze. Kriegt der auch Sauerstoff? Ne. Also ist hier der Output. Das heißt, den Tank setze ich jetzt hier hin, den lasse ich jetzt auffüllen. So. Wenn ich jetzt hier den Kompressor habe, hier die Batterie rein, müsste er doch genug Sauerstoff haben. Das verstehe ich nicht. Der funktioniert nicht. Muss ich hier vielleicht den Versiegler reintun? Zack, aktiviere Siegel, nicht genug Sauerstoff, würde ich mich verarschen. hügel, nicht genug Sauerstoff, würde ich mich verarschen. So, so. So. Irgendwie will der Scheißding nicht. Sonst funktionierte das Scheißding doch auch immer. Was ist denn hier los? Sag mal, weißt du aus dem Kopf, ob wir Pfirsiche, äh, äh, Birnen haben? Birnenbäume? Nee, haben wir nicht. So, baue ich das nochmal ab. Sauerstoffsammler, ausstellen, Batterie rein. Der will nicht, und ich weiß nicht warum. Die einzige Idee, die ich hätte, ist, vielleicht steht er da zu nah dran. So, das heißt, wir setzen die Scheiße jetzt nochmal um. Und zwar... Komm, die Sticks tun wir weg. Sauerstoffsammler. Batterie. So, der sammelt jetzt. Kompressor. Batterie. Und... Tank rein. Nicht genug Sauerstoff. Alter, das kann doch nicht sein. Machst du vielleicht den Tank? Ja, ja, den Tank habe ich ja. Ja, ich sehe die Apparatur ja gerade nicht. Kann ich dir... Ja, ich bin gerade hier allgemein dran, aber irgendwie... Pff, nee, der will nicht. Jetzt habe ich hier noch so eine Art Sauerstoffspeichermodul. Wenn ich den da ran tue, sammelt der auch fleißig. Also, der füllt sich auf. Aber das war es auch. Ja, okay. Wie gesagt, vielleicht brauchst du irgendwas... Ähm... Ja, wie soll man sagen... ...den Modul, das den Sauerstoff dann auch an der Stelle rauslässt. Es könnte ja auch durchaus sein, dass du 24 Stunden sammeln lässt an Stelle A. Und es dann halt in Tanks rüber schleppen möchtest nach RKB oder sowas. Oder per... Was weiß ich... Per Schlauch oder sowas. Da gibt es dann ja auch noch Möglichkeiten. So, jetzt setze ich hier den Versiegler dran. Nicht genug Sauerstoff. Selbst der Versiegler holt nicht genug Sauerstoff raus. Ah, ich verstehe es nicht. Keine Ahnung. Ey, seit dem Update läuft hier einiges schief. So funktioniert es normalerweise. So wie ich es jetzt aufgebaut habe. Aber irgendwie... Es will nicht. Also kann ich die Weltraumstation da oben auch erstmal vergessen. Bis das den Update rausgehauen haben. Okay, das Tropy ging ja auch nicht mehr. Oder ich lasse den Kanister hier erstmal voll werden. Oh, hier gibt es auch Kokosnussbäume. Ja, die habe ich schon. Kokosnuss haben wir massig. Ja, nicht Palmen, ne? Ne, ne, Bäume. Okay. Voll fett, krass, geiler Ups-Salat, Alter. Das nervt jetzt. Echt, das nervt total. Und ein bisschen runter, ne? Auf jeden Fall. Also jetzt hat man da einiges vorgehabt. Und... Ja, es funktioniert halt nicht. Keine Ahnung. Nicht genug Sauerstoff. Ich kriege den Sauerstoff-Tank nicht voll. Weil das kann auch ohne Probleme irgendwie so ein dober Fehler sein. Wie gesagt, bei mir ist ja gerade auch das Problem, dass ich die Schablonen nicht herstellen kann. So, nächste Frage. Orangen haben wir auch schon, ja, ne? So, daneben haue ich jetzt noch einen Sauerstoff-Sammler. Ne, das ist ein Verteiler. Ich cheat jetzt einfach ein bisschen. Tut mir leid. Also, ich will jetzt wissen, warum das Ding nicht funktioniert. Da noch eine Batterie rein. Der sammelt auch. Kannst du das denn zumindestens abzweigen für dein Sauerstoff-Pack oder sowas? Du hast ja so... Ne, gar nicht. Das ist ja das. Das will ich hier auffüllen, das Sauerstoff-Pack. Und mit der Konstitution, wie ich es hier stehen habe, funktioniert es normalerweise. Aber hier tut sich auch hier gerade gar nichts. Okay, und der Sauerstoff-Wert in der Bude oder Basis oder whatever, da ändert sich auch nicht. Da habe ich einen Sauerstoff-Verteiler. Den kann ich machen. Aber damit kriege ich immer noch nicht meine Packs voll. Naja, aber du kannst da oben erstmal aushalten. Darum geht es. Ja, ja, das geht schon. Aber ich muss ja trotzdem am Boden meine Ventile voll machen, damit ich zum Beispiel mit der Rakete zurück zur Erde fliegen kann. Weil die sind so gut wie leer. Ja, okay, aber da kann man dran arbeiten. Wenn dir da oben jetzt schon der Sauerstoff ausgeben oder so, das wäre natürlich scheiße. Wenn du da jetzt ein bisschen werkeln kannst, dann kann man damit ja schon mal arbeiten. Ich weiß, was habe ich hier für ein Bude. Naschestein, okay. Ja, das Problem habe ich auch. Ich habe gerade mega Lecks hier irgendwie. Und ich weiß nicht warum. Kiwi hatten wir glaube ich auch. So, die Batterie kommt jetzt hier rein. Sauerstofftank. Nicht genug Sauerstoff. Fick you, echt. Das kann doch nicht wahr sein. Ich verstehe es nicht. Ohne Witz, ich habe gerade total kein Peil mehr. Was man noch machen kann.